hey leute und willkommen zu bokeh mmo smart und ich habe mir hier einen kleinen bau gemacht das habe ich ja schon erklärt einen kleinen bau gemacht ja ich habe nicht wirklich die besten sound ein müsste ich für lombero irgendwie weggehen damit es sich wieder auffallen kann nimm doch lieber alex an wie viele unterstütze ich machen kann die trainer machen wir alle später der schott ähnlich weg aber ich war hier noch nie schon ohne eine gute ausrüstung solltest du dich nicht in die berge wagen schlimmste war als ich vier folgen lang immer gelesen habe und trainiert das beste dann ging ja nicht das mikro und ich war zu dumm das mikro aufzunehmen ja eigentlich ähm so er hat dann gerade gewechselt ich weiß jetzt nicht was gegen stein so besser wäre das alles klar ich höre schon ab müssen immer alle sterben was mit verfolgung höh ich weiß aber auch nicht wirklich viel doch doch hä ich habe nichts verstanden aber gegen dich ist eigentlich nicht effektiv du bist eher so ein feuer er ist schon fast so wie ein bekannt pokémon alles klar ich glaube ich gehe was ey das habe ich jetzt gar nicht erwartet ja alles klar gewalt er ist jetzt ein gewalt das ist das macht die warten was ist denn hier noch los für mich die gern legen wer bin ich hier nicht raus gekommen nein komm ich hier hin die torfälle ach hier ist das alles klar was ach man hallo zu ähm 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 was warum ist da ein ball also dass es wild ist ich bin verwirrt Ich hab jetzt nicht geschaut, welches Level er war. Achso. Hier ist ein Ball. Hier Ball, oder? Da ist die Magma. Mist, wahrscheinlich. Ähm. So. Hä? Wie spielst du vier Minuten? Alles klar. Hahaha. Mit diesem Meteoriten wird das Ding am Schlottberg... ...blut. Okay. Hä? Ich weiß zwar nicht wer du bist, aber wenn du die Magma in Wege stellst... ...wenn du dich in Magma in Wege stellst, erwarte keine Gnade. Bleib sofort still, die Magma! Ihr irrt euch gewaltig, wenn ihr meint, ihr könntet mit der Welt machen, was ihr wollt. Das ist... Verschmelzung, hallo? Haha. Sogar Team Aqua leistet uns Gesellschaft. Aber es ist viel zu anstrengend, sich mit allen auseinanderzusetzen. Hä? Das spielt auch keine Rolle. Wir machen den Meteoriten... Was? Wir machen den Meteoriten und so machen wir uns auch zum Schlott... Was? Hahaha. Wir sehen uns, ihr Würstchen von Team Aqua. Würstchen! Dich kenn ich doch. Vom Museum in Graffiti-Port. Ach, du bist der Minada. Damit dachte ich, du würdest zu Team Magma gehören. Hä? Warum denn? Ich trage doch nicht solche was. Hm. Du bist ein merkwürdiges Kind. Ja, ich bin ein merkwürdiges Kind. Ja. Und ich kann kein Deutsch sprechen, weißt du das? Was? Team Magma besteht aus Fanatikern. Sie erschören alles und behaupten, die Landmasse vergrößern zu werden. Wie denn das? Wann sie es wie in Japan machen? Wir, Team Aqua, lieben das Meer über alles. Team Magma ist unser Erzfeind. Alles klar. Boss! Wir sollten Team Magma verfolgen. Ja, ja. Das müssen wir. Wir müssen uns beeilen. Nicht auszudenken, was Team Magma am Schlottberg anrichten will. Ich war das doch gerade. Eminala, du solltest Team Magma im Auge behalten. Leb wohl. Tschüss. Alles klar. Jetzt möchte ich mit diesem komischen Wissenschaftler reden. Ich, ich bin Cosmo. Ich bin ein Professor. Einige Typen von Team Magma haben mich überredet, sie zu Meteorfälle zu führen. Sie haben mich reingelegt. Sie haben sogar die Meteoriten mitgenommen. Und dann taucht Team Aqua auf. Die sind auch nicht anders. Und ich? Ich verstehe aber absolut nicht, was los ist. Team Magma. Was haben sie mit den Meteoriten am Schloss Schlottberg? Boah. Ich verstehe es aber nicht. Huch. Huch. Was ist denn hier? Huuuui. Alles klar. Hä, ich komme hier raus? Alles klar. Ich sollte, glaube ich nicht mehr reden. Ich komme irgendwo im Nichts raus. Ach, jetzt weiß ich wo. Du hast mich bei meiner Meditation gestört. Das verlangt nach einer Straf. Du stehst doch gleich neben einer anderen Person. Hä? Du siehst doch ganz anders aus. Du warst doch gerade noch ein kleines Schulmädchen. Ja, Psychonathalie. Natalia. Ah. M, 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 M. Was bist du denn? Ich kenne das Beug nicht. So. Ich möchte ihn nur nach dem Ball. Wenn er mich da drüben auch noch nimmt, dann hasse ich ihn. Ja, ich habe mich bei der Konzentration gestört. Da! Der hat mich gestört. Ich habe eine Zeit ins Pokémon. Möchtest du es mal sehen? Und dann ist ein Pikachu. Ist das ein Pokémon-Songer? Ey, ich habe gut geraten. Moment, da ist das zweite Pokémon. Und nochmal zur Schneider. Ich muss endlich zur Schwester Joy... Ich sollte mal aufhören zu reden. Hm. Das soll selten sein. Also in diesem Spiel habe ich das jetzt zum ersten Mal gesehen. Aber ich habe es doch schon eifert ausprobiert. Sehr effektiv. Das ist nicht verarscht. Ich sollte euch mal meinen anderen Pokémon trainieren. So. Nein, ich will nicht deine Pokémon haben. Nein, ich will nicht deine Pokémon haben. Ich habe die AP Plus bekommen. Ja, wir sind hier. Ja. Wie denn das? Ähm. Ah. Jipp. Wer schläft denn noch? Trag mich, ob das auch funktioniert, wenn die K.O. sind. Ich habe eine Superbike gefunden. Gut. Alter, das sieht voll aus wie ein Bug da drüben. Schaut mal rechts. Voll zwischen den Bäumen und den Bergen. Sowas würde nie geschehen. Ähm. Genau. Pokémon kommen einfach so. Das weiß ich. Genau. Was ist das denn? Das sind kleine Sonnen, gell? Das sind diese Sonnenfälle. Ja, genau. Ich kenne auch das wohl. Da müsste das auch mit dem Mund geben. Ähm. Jetzt muss ich aber erstmal nachdenken. Wie heißt nochmal der? Zuerst. Alles klar. Pflanzen ist gegen die effektiv. Alles klar. Ah. Immer diese kleinen Horden. Gehen wir auf den Zeiger. Sehr effektiv. Dann mach ich es. Ja. Das wäre echt ein großes Training für Drasser. Laubklinge. So. Deshalb nicht die, die ich haben will. Das kann doch nicht wahr sein. Gleich zwei Blöcke daneben haben sie schon mit einer anderen Horde aufgestellt. Na danke. Und die Level sind anders. Oh, ich kann sie trotzdem besiegen. Alles klar. Alles klar. Laufklinge auf ihn. Trotzdem gibt es jetzt die Bebe. Au. Wow. Sehr effektiv. Alles klar. Das war sehr effektiv. Habt ihr es gesehen wie viel HP die wir nur abgezogen haben? Ach man. So ein Mini-Futze. Es sah aus wie ein HP. Aber ich glaube es waren 4. Oh ja, 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 ja. Oh, no, 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 no. Oh, cool. Ist nicht schlimm. Wie ist das langsam in der Trassel heimzusetzen? No, 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 no. Wie nicht so effektiv. Ist doch effektiv. So, Trassel nach oben. Ich hab einen Mondstein. Was konnten wir mit dem Mond starten? Das muss ich jetzt eh wieder hören. So, wir schauen. Ähm, das fang du mal weg? Ich kann nicht mehr da runter. 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 Puh, das Knöp.